Der Akku schwächelt. Zeit für einen neuen. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Heute tauschen wir bei meinem iPhone 7 den Akku aus. Denn irgendwann ist so ein Akku eben durch und dann wird es Zeit für einen neuen. Aber ich habe hier einen sehr guten Ersatz. Der kommt von der Firma Hacknaven und er hat sogar ein bisschen extra Power noch mit drin. Also mehr Kapazität als der Original Akku. Und wir schauen einfach mal, was hier alles so drin steckt. Wir haben nämlich hier das All-in-One-Paket. Da ist sogar das Werkzeug mit dabei. Und wir haben hier eine ganz, ganz coole Unboxing-Experience, würde ich das mal nennen. Also wirklich sehr hochwertig verpackt hier der Hacknaven-Akku. Schaut euch das mal an, da könnte man ja auch ein 1000 Euro Smartphone reinpacken. Also echt schön gemacht. Dann haben wir hier unsere eigentliche Box. Wir klappen auf und dort sehen wir dann unseren Akku. Und dann steht es auch schon drauf, 30,78% extra Power, also 2230 mAh stark, ist hier unser neues Power-Paket von Hacknaven. Und das packen wir dann gleich mal da rein. Aber hier unten drunter verbirgt sich ja noch etwas mehr. Jawohl, einmal ein Dankeschön. Und dann einmal hier die User-Instructions, also die Gebrauchsanleitung, was man mit dem Akku tun sollte, was man möglichst nicht tun sollte. Und dann haben wir hier nochmal, was ich sehr gut finde, für jeden, der sich da noch nicht so viel mit befasst hat, eine sehr schöne Bedienungsanleitung. Voll bebildert, wie man hier seinen Akku auswechselt. Prima. Also das ist doch schon mal eine sehr praktische Geschichte. Außerdem gibt es nochmal hier die Akku-Klebestrips, damit der Akku auch richtig befestigt wird. Und wir haben hier unser Reparatur-Werkzeug-Set mit so einem kleinen Plastiktool, den Schraubendrehern, die man dafür braucht, einem Saugnapf und einem kleinen Plektrum. Ja, prima. Dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los und schauen mal, dass wir hier den Akku jetzt schön und sauber ausgetauscht bekommen. Und als ersten Schritt sollte man immer eins tun, nämlich das iPhone einmal komplett ausschalten. Dann schnappen wir uns hier den Pentalob-Schraubenzieher und drehen hier die beiden Schrauben auf der Unterseite raus. Das wäre geschafft. Im nächsten Schritt müssen wir hier das Display jetzt lösen, da das angeklebt ist wegen der Wasserdichtigkeit. Empfiehlt sich dann ein bisschen Hitze, also so ein Heißluftfön, ein bisschen rumgehen und dann Saugnapf drauf und mit dem kleinen Plastikwerkzeug und dem Plektrum dann zwischen Display und Gehäuse. So, und wenn ihr an dem Punkt hier seid, Glückwunsch, das Schlimmste ist geschafft. Jetzt arbeiten wir uns einmal hier komplett um den Screen herum und lösen hier die Klebeschicht mit unserem Plastikplektrum. Achtet darauf, wenn ihr das Display anhebt, um es hier oben ein kleines bisschen runterzuschieben, damit die Laschen da rauskommen, dass ihr nicht zu weit nach oben geht. Denn hier ist ein Flexkabel dran, das Display-Flexkabel, denn das iPhone wird nachher zur Seite hin aufgeklappt. Also da bitte drauf achten und mit etwas Geduld vorgehen und dann bekommt man es auch ordentlich geöffnet ohne Beschädigungen. Und wir öffnen unser iPhone wie ein Buch und können es dann hier so aufklappen. Hier gibt es noch ein paar Klebereste mitunter, die kann man einfach abziehen. Die nächsten Schrauben, die weg müssen, das sind eins, zwei, drei, die vier Stück hier und dann entfernen wir hier die Abdeckung, wo der Anschluss drunter liegt. Jetzt haben wir den Batterieanschluss frei liegen, das ist das Teilchen hier und mit dem Plastikwerkzeug lösen wir einfach jetzt hier die Verbindung. Im nächsten Schritt verschaffen wir uns hier unten ein bisschen Platz, damit wir an die Magic Pull-Tabs dran kommen. Dafür muss hier die Taptic Engine raus und hier unten diese kleine Plastikabdeckung. Alles nur eingeschraubt, also Schrauben lösen, rausnehmen und dann geht es weiter. Bevor wir die Taptic Engine rausnehmen können, müssen wir noch hier unten den kleinen Steckverbinder dann lösen und dann können wir die ganze Einheit so am Stück einfach rausnehmen. Und damit hätten wir Platz, um hier an die Magic Pull-Tabs dran zu kommen. Die kann man hier sehen, einfach hier ein bisschen lospiedeln, dass man dort eine Angriffsfläche hat und dann müssen die nach unten rausgezogen werden. So, und das war der zweite. Die Dinger können leider auch mal reißen, dann muss man da sehr vorsichtig vorgehen und die Batterie ein bisschen raushebeln, aber passt einfach auf, dass sie nicht reißen. So, der alte Akku, der kann jetzt raus und weg und wir können uns hier unseren neuen Hacknaven-Akku holen, der dann natürlich noch eingeklebt werden muss, aber wir haben ja alles hier mitgeliefert. Da haben wir noch mal die Klebestreifen, die kommen jetzt hier ins Gehäuse rein und dann setzen wir den Akku ein. So, die Klebestreifen sitzen, jetzt kommt alles wieder an seine richtige Stelle. So, Freunde, der Akku sitzt, jetzt bauen wir alles nochmal in umgekehrter Reihenfolge in das Gehäuse ein, das heißt die Taptic Engine, die Plastikabdeckung. Wir stecken den Akku wieder hier auf den Port, machen die Abdeckung drüber und dann schauen wir mal, dass auch alles funktioniert. Alles ist wieder angeschraubt hier im Inneren, sieht cool aus mit dem grünen Akku, finde ich, aber das ist nur nebenbei. Wenn ihr jetzt noch dafür sorgen wollt, dass auch die Wasserdichtigkeit hier wieder gegeben ist, wir haben ja hier diese Dichtung gelöst, dann müsst ihr euch noch eine separate Dichtung wieder kaufen, am besten die nochmal hier anbringen und dann klappe ich jetzt hier mal das Telefon zu und wir schauen mal, ob es denn auch angeht, wenn ich hier den Power-Button drücke. Das ist immer der spannende Moment, ich halte gedrückt, gedrückt, gedrückt und jawohl, wir bekommen den Apfel. Also das hat schon mal funktioniert, jetzt mache ich das Display nochmal richtig drauf, mache die beiden Pentalob-Schrauben hier unten rein und wir schauen mal, was uns der Akku in den Einstellungen sagt. Und da wären wir schon in den Einstellungen und wir schauen uns mal unter Batterie an, was sie hier so zu vermelden hat und vor allem hier beim Batteriezustand. Der sagt nämlich wieder 100 Prozent, also jetzt mit extra Power in die Zukunft, hat wunderbar funktioniert hier mit dem Hacknaven-Akku-Set. Wenn ihr sowas braucht, ich verlinke euch das Set hier unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne zugreifen, das hier wirkt alles sehr hochqualitativ. Also Freunde, viel Erfolg bei eurem Akkutausch und bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Untertitelung des ZDF, 2020